so liebe freunde hallo herzlich willkommen in meinem youtube kanal heute erzähle ich euch mal wie die musik ins milly file kommt als erstes erzeugen wir mal einen neuen song so der ist jetzt schon bereit zum aufnehmen mit 16 spuren ich nehme den passenden rhythmus und das richtige tempo dazu dass ich benötige ich kann es natürlich auch langsam einspielen und später steigern aber wir geben jetzt mal gas dass das video nicht zu lang wird ich benutze hier ein style der heißt christmas schaffen mit einem schönen intro so 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 das war mal eine abgekürzte form wir speichern das ganze im keyboard ab und nun haben wir die möglichkeit nochmal nachträglich spuren dazu zu spielen wenn wir die rekordtaste drücken sehen wir dass hier alle spuren auf aufnahme stehen die spur die wir nicht überspielen wollen wählen wir um auf da ist noch eine die ich aufnehmen könnte und jetzt könnte ich alles dazu hin dazu fügen im endeffekt hört sich das ganze natürlich dann wieder schön an ja also alles drin mit zwei händen eingespielt in kurzer zeit so 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 so